So, jawohl, jetzt kann ich, jetzt kann ich mehr, zum Beispiel, Fulltanks nutzen. 3, 2, vielleicht auch ein grösseres, na, nicht nur eins, sondern beide. So, 20 Parts, sehr gut, also, alles grün, alles im grünen Bereich, ein bisschen Science mitnehmen, vielleicht könnte ich es ja noch gebrauchen. Doch, ein Thermometer, ein Parameter, nehmen wir den auch noch mit. Oh, ja, ich nehme eins hier unten und möglichst hoch platzieren, das ist natürlich nichts, jetzt habe ich doppelt gemoppelt, jawohl, das ist natürlich, da platziert ich den. Äh, Delta W, reicht doch nicht. 1,7. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Booster oder nicht Booster, Booster sind vielleicht zu stark am Anfang, ist es anders da, ich nehme da weitere Fulltanks. Es gibt zwar mehr Kosten, weil der Booster kostet 850 und mehr Fulltanks, ja, vor allem die Engine, die ich nehmen will, die kosten schon 1000. Aber, was ist jetzt das Problem? Was ist gut? Ah, 33. Parts, zu viele Parts. Und viel zu teuer für das. Nun ja, was bringen wir mehr Fulltanks? 4000. Würde sogar reichen. 1000. Ja, noch ein, zwei mehr. Das müsste reichen haben. Vier Parts habe ich übrig. Die nehme ich zum bisschen manövrieren. Weil das wird schwierig jetzt. Ziemlich lang. Oh. 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 Das ist eine Rakete. Oh. Oh. Für diese Mission. 15.000 ist zwar nicht so teuer. Aber. Schaffe ich das? Der Dickkabler, den benutze ich später. Den muss ich, ah, die Fulltanks muss ich auf diese Höhe aktivieren. Okay, die aktiviert zum Zurückbrennen. Jawohl. Also die zuerst. Die danach. Können wir. Können wir so machen. Jawohl. Nein. Dann die Kappeln. Wir. Die. Gut. Staging ist gut. Testen wir. Hier. Noch kein. Noch kein. Ähm. Flightrevert. Wow. Das gibt's ja fast nicht. Oh. Oh. Das sieht nicht so gut aus. Hoffentlich passiert da nichts. Zu früh gefreut mit dem Flightrevert. Ähm. Ja. Let's go. So. Wahrscheinlich sind wir dann am Schluss zu schnell. Wahrscheinlich schon. Viel zu schnell. Komm einfach zuerst mal in die Höhe. Und ciao. Wow. So. Versuchen wir mal ein bisschen. Oh. Da bewegt sich alles. Da ist viel zu lang. Viel zu lang. Die Rakete. So. Orbit. Info. Bleiben wir da. Versuchen wir da. Auf 40. Zu bleiben. Das wird immer schwieriger. 55. 55. 57. Also ich komme jetzt auf eine Höhe von 50.000. 50.000. Sobald ich auf 200.000 komme. 70.000. 50.000. Und habe aber viele. Eine relativ schnelle. Orbital Geschwindigkeit schon. Aufgebaut. Da schön. Auf circa. So. Jetzt warten wir mal. Bis wir circa 40 Sekunden sind. Mal schauen. weitergehen. mal ein bisschen so schöner 40 sekunden bleiben sie dann geht das nicht zu hoch und wir haben gleich noch viel geschwindigkeit 900 meter ja das reicht so 210 200 200 ja aber das müsste eigentlich gleich reichen das reicht zum cool also warten wir bis wir ungefähr auf 200 die kappen machen wir zurück aber da auf 210 sind 200 bald retograde andere seite das ist megadunkel natürlich jetzt man sieht es kaum sind auf der nachtseite halt so und aktivieren hat geklappt ich kann da schon versuchen zu bremsen bis ich auf 14 40.000 runter kommen 36.000 ist auch okay so und das staging könnte ich das hat schon aber das hat schon geklappt da muss ich jetzt nicht da muss ich ja gar nicht die kappel ich muss einfach auf die höhe kommt auch cool beide missionen erreicht erfolgreich und du auch nehmen wir mit in camera ok da gibt es nichts da gibt es auch nix cool port gibt es auch nix da dann lasst uns runter 70.000 gut geben wir da mal ein bisschen gas und die kappeln wir mal 3 und 4 doch das bremst schon ab das bremst auch schon ab wenn wir uns auf diese seite so müsste mit dem heat shield da ja ja das wird schon alles ein bisschen schneller laufen lassen brauchen wir nicht mehr machen wir eigentlich auch nicht mehr komme ich gut runter was sieht ein bisschen komisch aus bisschen schräg so ist es besser ab und ab geht runter ja schön wird genug gebremst oder muss ich noch mal seine rundgang machen wer weiß wer weiß das reicht nicht in einem durchgang da muss ich nochmals warten 52 jahre das habe ich mir fast gedacht 76 nochmals lass uns warten 50 mal schneller 100 mal schneller tausend mal schneller so wir kommen wieder zurück 370 der richtet sich gleich wieder aus diesmal bremst das sicher länger und kommt runter die freut sich ja mal das an du findest das super kopfüber moment man sieht ja nur wasser reicht das reicht vielleicht wieder nicht wegen dem 40.000 runter ist immer das beste 160 das reicht nicht 160 das reicht nicht das reicht nicht du machst wieder eine runde du machst wieder eine runde 2 500 2 500 cool 2 500 5 500 das reicht nicht 3 500 wir können runter 4 500 2 500 2 500 T за 3 500 die 4 500 komm schneller muss ich tatsächlich 100.000 worten ja macht eine runde wie lange geht so eine orbit die 30 minuten das war ein bisschen zu schnell dass die eigentlich toll gar nicht und stopp so aber jetzt kommst du runter naja jetzt kommt er immer wieder runter das 100.000 da war den china wie sieht es aus jetzt kommen wir runter ja 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 yeah ja Nimm die Daten, take data, take data, IVA report, geh rein, schauen wir mal ob wir noch was erhalten, zwei, so, ja gut, das ist okay. Ah nein, das habe ich schon gemacht, ja, sehr gut, ja, ein bisschen zu einer anderen Insel, wo denn ungefähr, und wo sind wir ungefähr gestartet, ich glaube, das ist irgendwo da, auf dieser Seite, man sieht es halt schlecht, Nachtseite, gut, Revert Vessel. Ui, und wieder mal Level 1 erhalten, super, 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 und ich habe keine Contracts mehr. So, ich mache mal für heute Schluss, habe ein bisschen Geld gemacht, kein schlechter Start, habe dann noch genug für ein bisschen Science wahrscheinlich. Okay, dann wünsche ich euch noch eine tolle Zeit, wir sehen uns später bei Kerbal Space Program, tschüss.